Heute möchte ich dir gerne eine Kartenidee vorstellen, die ich mit einem der neuesten Stempelsets von Tim Holtz und Stampers Anonymous umgesetzt habe. Das Stempelset heißt Curiosity Shop und der Name ist ja ein bisschen Programm, denn ich habe hier für meine Verhältnisse äußerst kuriose Motive zum Stempeln verwendet und auch eine für mich sehr kuriose Farbkombination. Vielleicht ist das auch eine Idee für dich, so etwas mal auszuprobieren. Ich habe zwischendurch gedacht, huiuiui, was soll das denn werden? Aber letztendlich bin ich mit dieser Karte mehr als zufrieden und ich liebe sie einfach. Hallöchen, Luise Heinzel hier, schön, dass du da bist. Lasst uns starten mit Freight Burlap und einem weißen Stück Papier. Das hier ist Aquarellpapier im Übrigen, der Ranger Watercolor Cardstock. Sehr gut geeignet für Sprays und Inks und alle Arten von flüssigen Medien. Ich habe deshalb dieses Papier gewählt, auch weil das recht dick ist und sich später gut reißen lässt. Denn wie du am Anfang gesehen hast, werde ich da später noch ein bisschen rabiat vorgehen und einige Teile dieser Karte zerreißen. Ich habe mir jetzt hier erstmal einen Hintergrund gemacht aus mehreren Lagen Spray und dann zwischendurch immer mit dem Föhn getrocknet, wie du da sehen kannst. Bei der letzten Lage habe ich versucht, ein bisschen weniger auf die Flasche drauf zu drücken, also nicht so volle Pulle, sodass da so kleine Pünktchen entstehen, wie man hier sieht. Und einige von denen habe ich dann noch so ein bisschen verblendet, indem ich da Wasser drauf gesprüht habe, während ich geföhnt habe. Das ist auch so ein kleiner Trick. Probiert das mal aus, falls ihr das noch nie gemacht habt. Die Effekte werden sehr, sehr viel cooler, wenn ihr föhnt und gleichzeitig zum Beispiel Spray oder Wasser auf schon einen geinkten Hintergrund sprüht oder spritzt. Ein zweites Blatt Papier braucht man dann hier noch in der gleichen Größe wie das erste. Das ist das gleiche Material, auch Ranger Watercolor Cardstock. Ich stemple hier allerdings auf der glatten Seite, sodass das Stempelmotiv, diese Schreibmaschine, richtig gut rauskommt. Dann reiße ich mir jetzt hier mal voller Mutes das hier so ab. Und zwar so, dass diese gerissene Kante, also dieses dünne, das Innere vom Papier sozusagen, an dem Stück übrig bleibt, was ich später auf meiner Karte haben möchte. Das heißt also, ich reiße zu mir hin und dadurch entsteht dann so eine kleine Kante. Die sieht man jetzt hier ganz schlecht, weil das natürlich jetzt weiß auf weiß. Ich werde die gleich noch ein bisschen mehr hervorbringen, sodass man die dann besser sieht. Weil ich wollte ganz gerne, dass das so aussieht, als wenn jemand schon mehrere Briefe geschrieben hätte an eine andere Person und verschiedene Versuche unternommen hat, um zu sagen, was er oder sie eigentlich gerne sagen möchte. Ihr werdet später, oder vielleicht habt ihr es am Anfang schon gesehen, was auf der Karte draufsteht. Die Botschaft ist dann am Ende klar. Aber ich wollte, dass das so ein bisschen so ist, so wie, wisst ihr, hundertmal angefangen, zerknüttelt, zerrissen und dann letztendlich doch die Lösung gefunden, was man schreiben möchte. Diese zerrissenen Stücke färbe ich mir jetzt ein mit dem Watercolor Pencil Scorched Timber. Ich kritzele da relativ wild, aber nicht mit viel Druck drauf rum. Und an dieser Kante, wo es gerissen ist, habe ich einfach so eine kleine Linie gemacht, dass es da ein bisschen intensiver bleibt. Und da mache ich jetzt mit meinem Wassertankpinsel auch nicht ganz so viel Wasser hin, sodass das nicht komplett sich verblendet, sondern da an dieser Linie wirklich so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen gestochen scharf bleibt, aber, wisst ihr, dass man dieses Weiße auch gut sehen kann und dass sich das gut von dem Rest abhebt. Die restliche Fläche neben dieser Linie verblende ich mit relativ viel Wasser und ich gehe da gleich auch noch mit einem trockenen Zeva drauf, sodass das dann richtig hell wird. Ich wollte den Farbton von Scorched Timber haben, aber eben in so einer richtig hellen Optik, sodass das ein bisschen so aussieht wie so angegilbtes Papier. Man hätte jetzt vom Farbton her zum Beispiel auch Old Paper oder sowas nehmen können. Denn ich habe jetzt bewusst, also das ist ja so ein bisschen grünlicher Ton, der imitiert ja, also Old Paper heißt Old Paper, weil es altes Papier imitiert. Und ich finde das normalerweise eine sehr, sehr schöne Farbe. Habe ich hier deshalb nicht genommen, weil mir das nicht neutral genug war für meine kleine Angst, die ich da im Kopf hatte. Denn ich wusste ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, ob das so werden kann, wie ich mir das denke oder ob das komplett in die Hose geht. Ihr seht, dieses Video ist geschnitten. Ich habe dazwischen sehr, sehr viel umeinander überlegt. Auch beim Anmalen dieser Teile habe ich recht viel überlegt, wie könnte das gut werden, wie könnte das vernünftig aussehen, wie könnte der Kontrast am besten werden und so weiter und so fort. Bei der Schreibmaschine habe ich mir zusätzlich noch überlegt, dass ich da so einen kleinen, ja, sagen wir mal künstlerischen Schatten, das heißt für mich nicht realistischen Schatten, einbauen möchte, sodass die nicht ganz so platt auf diesem Hintergrund aussieht. Die hat zwar sehr, sehr viele Details, aber wie ihr seht, ist die ja direkt von vorne abgebildet. Das heißt, die hat keine Tiefe, weil sie nicht von einem Winkel aus gezeigt ist. Wisst ihr, was ich meine? Und deshalb, Entschuldigung, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Ich habe voll den Frosch im Hals. Entschuldigung. Und deswegen wollte ich da drumherum ein bisschen so einen Schatten machen, dass die einfach ein bisschen mehr hervorsticht auch, zumal ich die ja auch in schwarz gestempelt habe und die keine Farbe mehr kriegt. Ja, so. Und deswegen habe ich gedacht, das ist ganz gut. Jetzt mache ich mir hier so einen kleinen Hintergrundstempel aus den Quote-Stempeln, die schon bei diesem Stempelset dabei sind. Das heißt, ich habe mir die jetzt hier einfach nur auf einen Acrylblock drauf getan, in keiner besonderen Reihenfolge, nur so, dass es wirklich aussieht, als wäre das ein Stempel gewesen vorher. Also das heißt, ich habe die sehr nah aneinander da drauf gemacht und so, dass möglichst wenig Lücken bleiben, sodass ich das jetzt als, ja, wie eine Art Hintergrundstempel stempeln kann. Wenn ihr dieses Stempelset nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch jegliche andere Art von Hintergrundstempel für diese Idee verwenden und das muss ja auch keine Schreibmaschine sein, ja. Also diese gerissene Optik kann man sicherlich auch mit anderen Stempeln hinkriegen und der Zusammenhang zu so einem Brief geschrieben oder so, ja, der kann ja auch durch andere Stempelmotive entstehen. Hier habe ich mir jetzt noch so eine schwarze Basis gemacht, weil ich ganz gerne wollte, dass dieses Schwarz von der ganzen Stempelei sich nochmal in dem Rand der Karte, beziehungsweise in dieser, wie nennt man das, in dieser Mattung, aufgreift und jetzt klebe ich die einzelnen Stücke von der oberen Lage mit Foamtape auf, sodass die zum einen ein bisschen erhöht sind und zum anderen einen natürlichen Schatten werfen. Das bewirkt, dass diese gerissene Kante noch sehr, sehr viel mehr rauskommt, als sie das durch das Reißen selbst schon tut. Vorher habe ich im Übrigen auch noch um die Karte und um die einzelnen Stücke da drum herum genäht. Ihr seht, oben habe ich bei diesem Stück jetzt so ein U gemacht, sodass das so aussieht, als wenn das um die komplette Karte drum herum geht. Bei dem Schreibmaschinenteil und dem anderen Stück, was noch dazwischen sitzt, habe ich nur links und rechts logischerweise genäht, damit es insgesamt, wenn das zusammengeklebt ist, so aussieht, als wenn komplett um die Karte drum herum genäht worden wäre. Ja, das friemel ich mir hier auch noch alles drauf. Ganz ehrlich, das waren meine letzten Reste Foamtape, die ich hatte. Ich habe da einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt, weil ich wirklich gedacht habe, das reicht mir nicht mehr aus und ich habe das erst bei diesem letzten Stück gemerkt, dass das nur noch so wenig ist. Muss ich unbedingt mal Neues bestellen. Jedenfalls hat das noch gereicht. Juhu. Da stempeln wir uns jetzt hier den Zettel, der aus der Schreibmaschine rauskommt. Und das finde ich sehr praktisch, dass der in diesem Stempelset enthalten ist. Man könnte jetzt denken, kann man sich auch einfach so ein Rechteck ausschneiden. Kann man. Aber für so Menschen wie mich, die nicht messen können und wollen, ist das dann ganz praktisch, weil da ist der Zettel genau in der richtigen Größe. Den mache ich mir jetzt noch ein bisschen auf alt, auch mit Scorched Timber hier dem Watercolor Pencil. In den Ecken mache ich mir das richtig dunkel, sodass der sehr hervorstechen kann später von der Karte und dass der zwar den gleichen Farbton hat wie der Hintergrund, also die obere Lage davon, aber dunkler ist und mehr auffällt. Und dass das noch mehr passiert, gehe ich hier mit meinem Fingernageltool zwischen die Lagen von dem Papier. Das kann man dann so aufspalten und an den Kanten so ein bisschen umbiegen. Ich reiße das da in einer Sekunde auch noch ein bisschen ein, sodass das noch ein bisschen älter aussieht. Das dient jetzt einfach nur dazu, dass das besser vom Hintergrund sich abhebt und auch, dass diese Karte mehr Dimension kriegt. Ich wollte, dass dieses Zettelchen, was jetzt hier die Botschaft Love You, ich liebe dich, enthält, dass das so richtig rauskommt, weil die Schrift ist relativ klein, aber das ist ja sozusagen die Überschrift von der Karte, oder? Und deswegen wollte ich, dass das so richtig gut rauskommt. Und weil der Stempel halt klein ist, ich finde das gut, dass das da nicht so auffällig ist. Das schaut nicht besser aus, als wenn das so riesig wäre. Aber deswegen habe ich das gemacht und habe die Kanten von dem Zettel auch noch ein bisschen dunkler gemacht, sodass das dann gleich richtig gut raussticht. Wundert euch bitte nicht über die Anzahl der Hüte, Bärte und Finger und Kleeblätter, die ich jetzt hier stemple. Ich habe das deshalb mehrfach gestempelt, weil ich kann nicht so gut ausschneiden. Wisst ihr, bei solchen Sachen, ne? Da muss ich mir mal sehr viel Zeit lassen. Und manchmal geht da irgendwas schief. Und auch hier bei dem Anmalen, ich male das jetzt hier mit Distress Ink Lumberjack Plate an. Ich habe gedacht, wenn mir da irgendwas schief geht, dann muss ich nicht nur mal von vorne anfangen zu stempeln. Die drei Kleeblätter habe ich dann am Ende wirklich auch verwendet, aber nur einen Finger, einen Hut und einen Bart. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das irgendwie gedoppelt oder so. Ja, das ist alles einfach. Diese Motive, die ich ausgeschnitten habe, die sind alle einfach auf der Karte aufgeklebt, nicht irgendwie hinterlegt oder so. Könnte man natürlich machen. Dann würde man nochmal ein bisschen mehr Dimensionen kriegen, fällt mir gerade so ein, ist mir aber in dem Moment nicht eingefallen. Ja, ich hatte hier gedacht, ich wollte das gerne sehr flächig ausmalen, das Kleeblatt, den Hut und den Bart, damit das wirklich so raussticht und so richtig so bam ist. Diese Stempel bieten ja auch sehr viel Möglichkeit für Schattierungen und Kolorierungen der etwas, sagen wir mal, professionelleren Art, als ich das jetzt hier gemacht habe, weil das ist jetzt halt einfach angemalt, oder? Ja, aber ich wollte das so. Also das ist Absicht, ja? Das ist jetzt nicht, weil ich das irgendwie nicht machen wollte oder nicht kann oder sonst irgendwas. Aber ich wollte, dass das wirklich so, ja, so vollflächige Rotflächen sind. Also, versteht ihr? Ja, so, habe ich gedacht, der Hintergrund ist noch ein bisschen mir zu unspektakulär. Und deswegen habe ich beschlossen, noch in verschiedenen Richtungen mit meinem, in Anführungsstrichen, Hintergrundstempel, den ich mir aus den anderen Stempeln vorher gemacht hatte, darauf rumzustempeln, sodass auch auf dem Vordergrund nochmal diese Schrift vorkommt. Da habe ich das aber so gemacht, dass ich erstmal ausprobiert habe, wie oft muss ich auf einen Abfallblatt stempeln, dass die Schrift nicht ganz schwarz wird, sondern wie, so wie verblasst, so wie als wenn das, ja, nicht richtig funktioniert hätte, mit der Schreibmaschine das zu schreiben. Bei diesem unteren Kleeblatt habe ich jetzt noch zwei Foam-Pünktchen dahinter gemacht. Ganz einfach, weil ja da dieser Abstand ist zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund, ja, sodass das da nicht verknicken kann. Dann habe ich den ganzen Kleideradatsch hier mal so aufgeklebt. Nachdem ich 400 Jahre überlegt habe, in welcher Reihenfolge ich diese drei Kleeblätter da unten ankleben will. Ja. Und dann habe ich hier meine verunglückte Lumberjack Platt Distress Paint rausgeholt und habe mir wirklich fast, also, wollt ihr es ehrlich wissen, ich habe mir wirklich fast in die Hosen gemacht, ne? Weil die Paint von diesem Farbton, die kommt sehr pink raus, wenn man die so anguckt. Aber wenn sie getrocknet ist, dann ist es Lumberjack Platt, ja, und das ist nun, weiß Gott, nicht pink, so. Aber ich hatte schon ein bisschen Muffensausen, als ich das da drauf gespritzt habe. Aber als es getrocknet war, habe ich gedacht, okay, der Farbton passt. Und das schaut gut aus. Ich mag diese Karte sehr. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Und ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel kreative Energie. Alles Gute. Tschüssi Kowski.